Hallo und herzlich willkommen zurück zu Minecraft for the Beast Monster. Letztens hatten wir unsere zwei Quarys gebaut, unsere großen Quarys, inklusive diese Landmarker, Landmarker, Landmarker und neues Solarpanel auf dem Dach. Also das läuft jetzt eigentlich gerade relativ gut. Was habe ich heute vor? Ich bin ehrlich, ich weiß es nicht. Ich weiß es wirklich nicht. Bin gerade die ganze Zeit überlegen, hatte auch gerade noch, eben gerade noch eine kleine Aufnahme gestartet, aber die waren ein bisschen mies. Ansonsten bin ich gerade überlegen, ob ich noch eine Solarzelle baue. Das können wir eigentlich machen. Versuchen zumindest. So, dann könnten wir uns jetzt eigentlich auch mal ganz kurz später dann um die Bienchen kümmern. Die haben wir ja komplett außer Acht gelassen. Hier oben habe ich natürlich nicht mehr. Ich glaube, ich brauchte 64. Ach du Heimatland, das ist viel gewesen. So, der ganze Sand kommt erstmal hier rein. Ne, kein Holz. Eisen. Eisen brauchten wir eine Menge. Kupfer brauchten wir eine Menge. Was brauchten wir noch eine Menge? Gummi. Mal kurz hier das ganze Zeug rausholen. Also Eisen sollten wir jetzt eigentlich genug haben. Ich kann ja gleich mal nachgucken. Ja komm, ich hier. Wie viel wir rausbekommen haben. 681 und davon das Doppelte und ungefähr 1300. Ach ja, hier sind die Landmarker. So sehen die aus. Eigentlich genauso wie die normalen Landmarks, aber irgendwo fehlt noch einer. Irgendwo fehlt noch einer. Ah ne. Marker plus 4. Ah, da hab ich plus 3 davon. Ich brauch 4. Hättest du ein Gold. Fehlt noch ein einziges Gold, ernsthaft. So, dann haben wir nochmal schnell das Ende Gold da rein. So, das Huchala. Das Ding wird gebaut. Ich bin dann auch später nochmal am gucken, wegen anderen Welten. Weil, das haben wir genug, das haben wir genug. Die kann ich eigentlich alle wegschmeißen. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mein Inventar ist wieder zu sehr zugemüllt. Und hier ist eben halt ein gutes Zeichen, dass ich wirklich noch ein Solarpaneel oben drauf bauen sollte. Sonst wird das alles gar nichts. Ja komm, darf ich jetzt mal schlafen gehen? Wird aber Zeit. So, Inventar ausmüllen, Welten bauen. Raus, 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 raus. Ihr kommt auch nochmal hier rein. Ja, dann kommst du hier rein. Du kommst hier rein. Nee, du bist zu voll. Ihr kommt zur Not erstmal hier rein. So, mal gucken, wie das gleich nochmal war. So. Nee, ich hab's da noch ein bisschen drauf. Ich glaube, das war hier. Ja. Ja. So, das erste, was ich jetzt auch mache, ist erstmal hier die Bücher mit der Welt hier verlinken. Nee, dass ich wieder in einer anderen Welt gefangen bin. So. Jetzt schauen wir erstmal in die 29er, dann in die 30, dann in die 31 und dann die 32. Das machen wir. Das machen wir aber ganz professionell. So. Schauen wir mal nach. Bin ich mal gespannt, was wir für Welten zusammenkriegen. Und wenn es Schrottwälder sind, dann... Heilige Sch... Ach du Heimatland, was ist denn hier passiert? Nur Holz. Also, die ist weg. Brauchen wir nicht. Gucken wir in die zweite rein. Es regnet. Das sind grüne Sterne. Aber eigentlich für eine Mining-Welt unbrauchbar. Dann gucken wir mal in die dritte rein. Ah, ich wollte gerade sagen. Hä? Äh, du bist so eine Welt eigentlich auch komplett... Na, komplett unbrauchbar, würde ich nicht sagen. Aber nichts für mich. Und jetzt noch die letzte. Na komm. Na komm. Ja. Ja. Ihr schneidt es zumindest schon mal. Dann gibt es kein Regen, kein Garnix, sondern Schnee. Ach, das dauert immer wieder ewig hier. Ist das hier alles Obsidian? Jo. Erko eigentlich auch relativ unbrauchbar. Die beste Mining-Welt ist eben halt eine Flache, die keine störenden Bäume irgendwie in der Nähe hat. Aber ob wir sowas nochmal zusammenkriegen, ich weiß es nicht. Na komm. Hallo, danke. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Na, wollen wir noch ein bisschen Tinten. Ich glaube, Tintensäcke dürfte ich ja eigentlich genug haben. Irgends... Oh ja. Okay, erst mal schnell gucken, wie das gleich nochmal ging. Es ist schon eine kleine Weile her, wo ich es letztes Mal gespielt hatte. Von daher muss ich jetzt erst mal gucken. Ach du Heimatland, gibt es viele Rezepte mit Tinten. War es das? Nee, war es nicht. Ach stimmt, ich brauche Herr Wasser dafür. Hehe. Ja. Oh weia. Na, das habe ich jetzt komplett vergessen. Hm. Kann aber auch nur mir passieren, ehrlich gesagt. Ich glaube, die Folge beschäftigen wir uns jetzt erstmal komplett nur mit Mistcraft. Mistcraft? Ja, Mistcraft. Um uns eigentlich die perfekte Mining-Welt zu schaffen, beziehungsweise, da geht es raus, erstmal zu suchen. Ich werde jetzt auch nicht allzu lange aufnehmen. Weil, wie man an meiner Stimme hört, ist nicht alles ganz koscher, beziehungsweise nicht alles in Ordnung bei mir. Ich frage mich, ob da sowas los ist. Vielleicht liegt es an der Zeit, früh um sechs. Oder an irgendwas anderem. Ich weiß es ehrlich gesagt echt nie. Und das Klicken fällt mir auch irgendwie ein bisschen schwerer als geplant oder als gedacht. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Neun, zehn, elf, zwölf, dreizehn. Machen wir uns noch eins. Vierzehn. So, das sind sieben mal sieben. Und wo ist das Leider hin? Okay, man sollte auch mal hingucken. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. So, den Rest mache ich eben halt wieder in Linking-Buchs hier. Drei, vier, fünf, sechs, sieben. Ich hoffe, der Ton ist heute besser. Ich habe noch ein bisschen mit den Einstellungen rumgespielt. Ansonsten müsste ich jetzt nicht, wie ich jetzt den Ton noch anders verarbeiten kann. Was auch immer. Aber da dürfte eigentlich, dürfte da jetzt soweit in Ordnung sein. Ich hoffe, der Schnellste bin ich heute mal nie. Aber ich glaube, das war ich noch nie wirklich. So, jedenfalls mal schauen, was uns jetzt die Welten ja alles bringt. Wow. Hi, Leute. Könnte man sich überlegen, aber nee. Das ist mir dann zu viel ge... Tür öffnet. Auf und zu. Oh. Ein Graus. Boah, das war jetzt Schock. Hilfe, Hilfe, Hilfe. Die Welt sieht eigentlich auch relativ gut aus für meine... Für eine... Für eine... Hallo. Jetzt. Für eine Mining-Welt, aber... Nö. Ich glaube, mein Computer ist gerade ein bisschen überfordert. Jetzt. Nee, da waren überforderte, da war einfach bloß. Wird da ziemlich, ziemlich viel hin und her geschoben und gemacht und gemerkt, wenn ich jetzt hier so schnell die Welten wechsle. Von daher ist es ja eigentlich... Obwohl, die sieht eigentlich auch gut aus. Aber wieder Bäume, Mann. Aber umgucken kann man sich ja trotzdem mal, ne? Ich bin ja auf der Höhe 70. Was gibt's denn hier? Fieldbier. Um... Vielen Dank.